Was für ein schöner Tag! Hm, scheiß Tag, ey! Mein Handy klingelt, wer ist da? Ich bin ein größter Albtraum. Hey, Lehrer, helfen Sie mir, der hat mich so ein Stalker angerufen. Komm, lass uns die Polizei anrufen. Lass uns das unseren Freunden im Eiskaffee erzählen. Was für ein aufregender Tag! So anstrengend und so komisch.